Morgen. Wir bestellen heute Pizza bei Roma. Komm mit, Fetti. Tobi, Hinterkamera. Wir bestellen heute Pizza. Und wieso, Tobi? Genau, weil wir fett sind. Pizza via Roma. Schönen guten Abend. Guten Abend. Pizza Margherita in Groß. Pizza Salvatore auch in Groß. Okay. Soll das geliefert werden? Ja, bitte. Danke. Tschüss. Tschüss. Wir haben erfolgreich Pizza bestellt. Jetzt geht's Müll sammeln. Voll die Idioten. Wo ist ein Eimer? Eimer besetzen. Eimer ist drin. Hallo. Kopfball. Kopfballer. Ja. Jetzt zoomt er wieder ran und macht so 5.000 dB plus. Gebus boostet. Ja. Ist das ein Knopf hier oder muss man das am Nachhinein machen? Muss man am Nachhinein machen. Ja, ist ja doof. Hey, film mal die Kollegen, wie sie hier voll in Action am Müll sammeln sind. Ist ja der Wahnsinn. Voll Engagement hier. Ja, voll die Familien-Stories. Film mal das kleine Film hier. Familien im Brennpunkt. Ich hab auch so eine Kamera. Heute Abend gibt's Pizza. In den tiefen Tiefenburg dabei. Wir gehen weiter. Wir sammeln Müll. Nein, nein, nein. Keine Tiere kaputt machen. Müll sammeln. Keine Menschen. Nein, 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 nein. Aber wir sammeln doch Müll. Guck mal, da winkt jemand. Nein, nein, nein. Guck mal, die braune Hilfe. Da, da. Nein, nein, nein. Was für Scheiße. Hey, Lex. Geht ab? Wie viel Müll habt ihr sonst? Guten Morgen. Hallo Cam. Hallo Müllmann. Komm, schmeiß. Da. Nein. Die schieben ja auch lange. Fahrradfahren. Oh. Die schieben ja auch lange. Die schieben ja auch lange. Dann werden wir nicht. So mehr. Hab ihr die Zecken. So, und hier alle vor. Da steht noch ein Eimer. Einer muss den noch mitnehmen. Die schieben ja auch lange. Ja, leider. Ja, leider. Au. 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 Haa. Weitere. Tschüss! Du brauchst du arbeiten? Tschüss! Jetzt suchen wir Waldwarte, ok? Ein bisschen, ja? Ich gucke auf die Seite und wir gehen schon mal. Nett, dass du Höhenangst bekommst. Ich wollte die Haarzeit. Hallo! Es ist kaputt. Ich glaube du wirst. Hallo! Wie fandest du das Müll sammeln? Cool. Ich glaube, da bin ich für den Geokame. Ich gucke es jetzt. Hey! Weil da unten kein Müll mehr. Chris, wie war's? Sehr, sehr müllig. Müllig? Wie viel Müll haben wir gesammelt? Du wickst ja auch hier dann so... Flüsser-Arschloch. Ah! Ah! Hey! 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 Warte mal, das ist das vom Lars. Der spinnt. Oh, ich wollte nicht was verbrauchen. Scheiße! Hey! Hey! Oh! Oh! Hier sind Fettflecken drauf! Sicher, dass es Fettflecken sind? Von meinem Fettchen. Ah! 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 Dicke Sau! Oh, der Kuh! Ah! 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 Jetzt ist das voll schaumig, Mann! Jetzt ist das voll schaumig, Mann! Wenn ich dafür kein Geld bekomme, ne? Das ist ein Ding, was du da hinlegst. Das ist ein bisschen, dann hat's ja frisch. Läuft es schon rüber? Nein. Dann geht das auch noch ein bisschen. Jetzt ist ihr neben den Skottel dran. Okay, dann lass ich's jetzt. So, voller geht das Lars nicht. Wo ist denn klar? Dann geht das auch noch ein bisschen. Oh! Oh! Meine Hand! Wir holen jetzt so eine Karte, so eine SD-Karte. Und dann... Fliegen wir Drohne! Musik WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR happy da habe ich mich auch richtig happy gefühlt und jetzt kommt deutscher schlager die schlechteste musik die es auf der welt gibt na ja wenigstens hat man als fettsack wie ich und als langfüßler oder als langbeiner schön viel beinfreiheit findest du hier bisher den aktionstag weil der tag ist ja schon fast zu ende und morgen fahren wir heim also gut ich hab mich doch glücklich und verteidigt ich liebe auch ich habe alles gut ich habe alles gut